Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Kollisionsdomänen. Kollisionsdomänen sind quasi Bereiche, oh ja, wunderschöne Farbe, ich mache die mal auf schwarz. Kollisionsdomänen sind Bereiche, wo wir eine Kollision erwarten können, wenn irgendwas passiert, also wenn irgendwer mit irgendwem kommuniziert. Das kann vorkommen, muss aber nicht immer vorkommen, wie wir sehen werden und das sind jetzt einfach mal unsere Rechner. Das da oben ist ein Bus. So, und unsere Rechner sind logischerweise, oder was auch immer, Router können es ja auch sein, es kann alles sein, auf jeden Fall irgendwelche Geräte ab Schicht 2 und aufwärts, also nur eine Leitung, die zeichne ich hier so. So, okay, unsere Kollisionsdomäne bei einem Bus ist komplett überall. Das heißt, wir können tatsächlich überall eine Kollision erwarten und es kann auch überall eine auftreten. Das heißt, wir müssen uns hier überall um eine Kollision kümmern. Also, wir müssen entweder CSMA-CD oder CSMA-CA benutzen. Normalerweise mit CSMA-CD über einen Ethernet-Bus zum Beispiel. Aber wie gesagt, bei, wie heißt man es, Wi-Fi, jetzt habe ich es, bei Wi-Fi gibt es auch die Möglichkeit, dass man CSMA-CA benutzt. So, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich irgendwo einen Repeater in die Mitte haue? Und dazu ziehe ich einfach mal das ganze Ding ein bisschen kleiner und hänge dasselbe noch mal hier zwischendrin, nebendran, auf die andere Seite. Wir wissen ja jetzt, ein Bus ist eine einzige Kollisionsdomäne. Das war ja auch in den vergangenen Videos schon immer unser Beispiel. So, jetzt hängen wir hier einfach mal einen Repeater rein. Und wird es dadurch besser? Nein, es wird nicht besser. Es wird sogar schlimmer, denn jetzt haben wir das ganze Ding als Kollisionsdomäne. Warum ist das jetzt alles eine Kollisionsdomäne? Naja, Repeater sind nur auf Schicht Nummer 1 tätig. Das heißt, wir können an Repeater nicht sagen, wir schicken dir das mal, light das mal weiter. Sondern ein Repeater nimmt sich einfach alles, was er von diesem Bus findet, also wirklich alles, alles, und schreibt einfach alles auf diese Seite vom Bus. Das heißt, er verlängert einfach unseren Bus. Im Prinzip ist es nichts anderes, als wenn wir hier sagen würden, hey, wir ziehen uns einfach einen größeren Bus, nur für die Schicht 1, damit das Signal ein bisschen aufbereitet wird, macht der Repeater irgendwas. Und das heißt, die Kollisionsdomäne ist im Prinzip sogar noch gewachsen, weil unser Bus größer geworden ist. Aber ein Repeater ändert nichts daran. Anders wird das jetzt, wenn wir eine Brücke machen. Und jetzt nehme ich einfach mal hier für die Brücke eine andere Farbe. Das ist jetzt eine Brücke oder auch ein Switch genannt. Switches sind besondere Brücken. Wir werden uns über Brücken und Switches noch genauer unterhalten, keine Sorge. Aber, wenn ich jetzt eine Brücke habe, dann ist meine Kollisionsdomäne, jetzt muss ich vielleicht durchsichtig als Farbe wählen, habe ich das hier? Hm, nein, okay. Meine Kollisionsdomäne ist hier einmal und meine zweite Kollisionsdomäne ist auf der anderen Seite der Brücke. Das heißt, ich habe zwei getrennte Kollisionsdomänen. Ich kann nicht gleichzeitig hier eine Kollision haben und hier, denn der Switch bzw. die Brücke regelt das Ganze. Die Brücke regelt einfach, aber ich kann natürlich hier drüben immer noch eine Kollision haben. Ist ja immer noch ein stinknormaler Bus. Und hier drüben auf der anderen Seite kann ich auch noch eine Kollision haben. Aber ich kann, ich habe zwei getrennte Kollisionsdomäne. Das heißt, ich muss nur dafür sorgen, dass meine Daten von diesem Bus bis zum Switch kommen, also quasi von dem weitesten weg bis hierher und von hier bis hierher. Das war das, was wir letztes Mal gemacht haben, dass eben eine gewisse Strecke maximal, also von Ethernet zum Beispiel, maximal 2,5 Kilometer lang sein darf. Wenn ich das jetzt habe, dann darf diese Strecke 2,5 Kilometer lang sein und die rechte Strecke darf auch nochmal 2,5 Kilometer lang sein. Also insgesamt sind wir bei 5 Kilometern. Bei einem Repeater hier in der Mitte wären wir ganz normal wieder bei 2,5 Kilometer insgesamt. Das heißt, das verlängert nicht irgendwie meine Kollisions- oder es verlängert meine Kollisionsdomäne. Es macht nichts besser. Aber eine Brücke teilt das Ganze auf in zwei getrennte Kollisionsdomäne. Das heißt, wenn ich hier drüben CSMA, CD mache, bin ich gut dran. Und wenn ich hier drüben CSMA, CD mache, habe ich es auch geregelt. So, jetzt, wie gesagt, mit einem Switch ist es genau dasselbe. Aber es gibt natürlich noch eine andere Topologie. Und ein Switch hat da einen wesentlichen Anteil dran. Das heißt, wir bauen uns hier mal eine sogenannte Stern-Topologie. Ich mache jetzt mal nur drei Rechner dran. An einem Switch können natürlich beliebig viele Rechner hängen. Äh, nicht rund, sondern bitte eckig. Wir sind hier bei Endgeräten. Das sollen die Endgeräte, also die Rechner wieder sein. Die sind ein bisschen groß. So, ähm, ein Rechner, zwei Rechner und drei Rechner. So, wie sieht denn jetzt hier meine Kollisionsdomäne aus? Ups, ich will das eigentlich ein Stückchen weiter unten haben. Nein. Okay, so, das ist jetzt wiederum Schicht 2. Also nicht Schicht 1. Das ist kein Hub, das wäre Schicht 1. Oder ein Repeater wäre auch Schicht 1. Sondern es ist Schicht 2, also ein Switch. Ähm, beziehungsweise eine Brücke. Wobei eine Brücke, wir werden uns noch genau über den Unterschied unterhalten. Das ist also ein Switch. Dann haben wir drei getrennte Kollisionsdomänen. Wieso drei getrennte Kollisionsdomänen? Einmal haben wir hier eine Kollisionsdomäne. Das hier. Einmal haben wir hier eine Kollisionsdomäne. Und einmal haben wir hier eine Kollisionsdomäne mit unserem dritten Rechner. Das heißt, die sind völlig unabhängig voneinander. Und wenn wir uns das jetzt so genau angucken, dann haben wir hier drei Kollisionsdomänen und jeweils immer nur zwei sendende Partner. Wenn dieses Kabel hier jetzt voll duplex ist, dann kann keine Kollision auftreten. Denn es können beide Partner die ganze Zeit senden, ohne dass eine Kollision auftreten kann. Wenn das Kabel jetzt hier allerdings nur halb duplex ist. Denn irgendwie muss ich ja auch von meinem Switch wieder Daten an mein Endgerät übertragen. Also Simplex geht hier nicht. Aber es ginge halb duplex. Wenn ich ein halb duplexes Kabel hier in der Mitte habe, dann habe ich ein Problem. Weil dann können tatsächlich Kollisionen auftreten. Es dürfen ja nicht beide gleichzeitig senden. Wenn ich jetzt hier anfange zu senden, also bis hier sende und dann plötzlich fängt der hier oben an zu senden. Dann gibt es offensichtlich eine Kollision. Und zwar nur bei halb duplexen Kabeln. Bei voll duplexen Kabeln, Achtung, wenn ihr nicht wisst, was der Unterschied zwischen halb duplex und voll duplex ist, schaut euch bitte das passende Video dazu an. Bei voll duplexen Kabeln gibt es keine Kollisionen in dieser wunderschönen Architektur. Und das ist auch der Grund, warum sich das heutzutage so durchgesetzt hat. Wir haben keine Kollisionen mehr. Deswegen brauchen wir kein CSMA, CD mehr und so weiter und so fort. Das spart uns unglaublich viel. So, jetzt habe ich aber natürlich noch die Möglichkeit, diese Kollisionsdomänen zu kombinieren. Das heißt, sagen wir mal, es hängt hier plötzlich ein Switch an unserem relativ großen Bus mit insgesamt sechs Endgeräten plus einem Switch. Dann haben wir eine Kollisionsdomäne, nämlich einmal hier auf dem Bus ist eine Kollisionsdomäne. Das zählt da alles rein. Und dann haben wir aber noch drei separate Kollisionsdomänen, nämlich einmal hier mit dem Endgerät, hier und hier. Aber ab diesem Kabel hier, also das, was von dem Switch in Richtung Bus geht, ab da kann ich eine Kollision erwarten und muss auch darauf aufpassen, dass da keine ist. Das heißt, ich muss auf dem kompletten Bus jetzt ein CSMA, CD-Verfahren durchführen. Das heißt, diese Kollisionsdomänen sind auch wirklich miteinander kombinierbar. Ihr müsst nur darauf achten, was ist quasi auf Schicht 2 und was ist auf Schicht 1. Wenn es auf Schicht 1 ist, dann vergrößert es die Kollisionsdomäne. Schicht 2 Geräte, wie zum Beispiel ein Switch oder eine Brücke, teilen meine Kollisionsdomäne auf. Gut, das zu Kollisionsdomänen, wo ihr überall also CSMA, CD bzw. CSMA, CA durchführen müsst. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Ciao!